Norddeutscher Rundfunk 2021 Jetzt haben wir 16. Tante Delice von Bossbier in Bossonnet, Fribourg. Darum heisst das Bossbier? Ja, wahrscheinlich. Und Tante Delice? Tante Delice ist ein Biergarten in der Fribourger Voralpe. Ah, ok. Das habe ich nicht gehört. Das ist etwa 2013 Meter. Heißt du das? Da erlebt man etwas. Und vom Bierstil her, das ist ein Sweetbier. Das ist eigentlich ein Weizenbier nach belgischer Brauart. Normalerweise wird es mit bitterorangeschall und Korianderbraut. Hier haben wir aber auf die Koriander verzichtet. Ich würde sagen, probieren wir das mal. Das ist ein schöner Strohgau. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl- spare. Zum Wohl. Was? Perfektiv?